So, heute geht es mal ein Video Tutorial. Ja, und zwar habe ich ja schon bei anderen Videos gezeigt, dass ich die roten Minkrovengreife habe. Er lässt bald wieder eine Börse, da kann ich wieder nicht nochmal eine neue holen, weil es jetzt leider noch eine ist. Ja, hier habe ich einmal schon mal zwei Steine eingetan, um Land- und Wasserteile so weit abzugrenzen. Da ich eh ungernodig bin und das mit Silikon bei mir nie was wird. Wie bei einer anderen Versorgung ich es gemacht habe, habe ich jetzt eben diese Steine genommen. Und hier, die Steine sind ungefähr so hoch geschüttet, wie ich die Wasserwehren will. Ja, und hier oben, bis hier oben ist die Landtüe, also dass ich auch noch eingraben kann. Ja, das ist ein schöner großer Wasserteil. Den lasse ich aber auch so, das ist ungefähr jetzt Hälfte, Hälfte. Ja, da tue ich dann auch noch einen Filter rein. Und von hinten das Licht werde ich dann vielleicht nochmal draufsetzen, muss ich mal schauen. Das ist mir eigentlich egal, weil das eh etwas dunkler mögen. Ja, das ist erstmal der erste Teil, jetzt mache ich erstmal weiter. So, jetzt habe ich schon mal die Krabbe hier reingesetzt und zwar habe ich mal geschaut, ob es da auch so an den Steinen hochkommt. Und wenn man genau hinguckt, ja, da ist jedenfalls eine normale Struktur, wo es ermöglicht. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen den Kalk weggeputzt. Der ist leider immer noch sichtbar, aber nicht mehr so schlimm. Ja, dann habe ich mir noch so ein Gitter zurecht gebogen, das werdet ihr auch nachher noch sehen. Dass es nochmal draufsetzt, dass sie nicht hier irgendwie am Rand abhauen kann. Vielleicht mache ich da auch nochmal Glas hin. Ja, jetzt geht es an die Technik und das Befüllen. So, nun habe ich hier den Wasserzeilen fertig, der Filter läuft. Das heißt, es wird das mit der Zeit noch klarer. Ja, eine E-Vollschuh, die ich als Bepflanzung drin habe, die auch ein bisschen ins Wasser hängt. Bei der Kletterbeugheit und dem Stein musst du nochmal gucken, wie es aussieht, ob ich da vielleicht noch was machen muss. Ja, wie man hier, hier habe ich nur eine dünne Kieschicht, da ja keine Wasserpflanzen rein sollen. Vielleicht mache ich auch noch was rein. Wenn ich irgendwie noch Fische rein tun sollte, dann eher Wäse. Ja, hier sieht man schön die Wasserkränze. Hier liegt eben auch hier dran, zum Kies. Zwischen Kies und Erde. Die Wurzeln werde ich natürlich ein bisschen runterkramen müssen. Und man sieht aber auch, dass es so ein bisschen feucht ist, die Erde. Ja, da hinten habe ich zwei Höhlen. Es werden insgesamt drei Gramm sein. Das wird dann hoffentlich reichen, sonst werde ich dann mal irgendwie was umdisponieren. Ich glaube, die hat sich auch schon in eine Höhle verzogen. Ne, die ist dahinter. Die Höhlen. Gucken, was es aussieht. Ne, was ich jetzt nicht. Ja, jedenfalls ist das ein 40 Liter Aquarium, das ich hier somit geschickt umgebaut habe, zu einer Mischung zwischen, ja, Theristik und Aquaristik. Damit möchte ich einfach nochmal zeigen, dass beide Hobbys gut kombinierbar sind. Einfach durch, wie man hier sieht, einfache Anwendung von dem Aquarium. Man könnte das natürlich jetzt auch mit Fröschen machen. Ich habe jetzt auch einen Frosch. Allerdings muss ich dann mehr abdichten und so weiter. Und ja. Und da ich für die Landkrabben eben Platz brauche, habe ich eben die Landkrabbe hingenommen. Ja. Dann werde ich euch dann nochmal ein Video hinterher schicken, wenn das alles fertig ist mit der zweiten Landkrabbe, Fische und so weiter. Je nachdem, wie es kommt. Und dann bis zum nächsten Mal.